So, wir haben hier das Novaplex Schulter mit sehr weicher Schulter, ansonsten fest, wie es der Kunde sich gewünscht hat. Und wir haben die Möglichkeit, das ist jetzt neutral eingestellt und möchte man es noch ein bisschen weicher haben, dann kann man die Holster auseinander schieben und dann wird es in dieser Zone noch weicher. Wenn ich sie allerdings zusammenführe, dann wird es hier fester. Jetzt lasse ich es neutral, denn es ist ein junges Paar, alles neutral. Die werden jetzt froh geliehen und sollten es Optimierungsmöglichkeiten geben, können sie selber reinfassen und können sich das so einstellen, wie sie es gerne haben. Und zwar jeder für seine Seite. Darauf kommt jetzt aber eine gesamtgroße Matratze zum Hin- und Herrollen, auch wenn die Kinder ins Bett springen. Und man hat eine schöne Liegewiese, aber jeder hat zum ruhigen Schlafen sein System, seine Seite für sich zur Verfügung, die sich haargenau an jeden dann anpasst. Das sieht zum Beispiel so aus. Wenn ich da drauf lege, sieht man ganz genau, wie sich mir das anpasst. Die Seite, wie es sich mitbewegt, immer spielt. Über alles, die große Inside-Hülle und wir haben ein wunderbares Hülle. So, die coole Kiste, die gesunde Auflage wird jetzt gleich fertig sein. Wir schließen das Ganze noch, rücken es noch in Form und dann guter Schlaf. Wie gesagt, Deckel auf und jederzeit für jeden noch mal ein bisschen nachjustieren, weicher oder fester, aber jetzt ist es neutral und das Familienleben kann sich hier abspielen, hin und herrollen jeder und es wird sich immer auf die Personen einstellen und Bewegung bringen. Dankeschön! Dankeschön!